Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur GELA Academy. Ich zeige Ihnen heute, wie wir LED-Nederwalt-Leuchten via Smartphone oder Tablet steuern können. Möglich ist das mit dem DIMM-Controller Proxy by Silver. Mit dem können wir verschiedene Beleuchtungsgruppen via App steuern. Ich zeige Ihnen jetzt, wie das System programmiert wird. Folgende Artikel werden für den Betriebnahme benötigt. Konverter, DIMM-Controller Proxy by Silver, LED-Leuchten und Smartphone oder Tablet. Jetzt zeige ich euch, wie man eine Beleuchtungsgruppe zusammenstellt. Den DIMM-Controller Proxy by Silver hängen wir an Konverter. Die LED-Lampe wird am DIMM-Controller angesteckt. Das ist erweiterbar. Wir können hier mehrere Lampen herunterhängen. Für unser Beispiel habe ich drei Beleuchtungsgruppen vorbereitet. Mit dem Smartphone via App steuern wir den DIMM-Controller Proxy by Silver an. Die Kommunikation erfolgt via Bluetooth. Als ersten Schritt wird die App heruntergeladen. Das ist für Android und iOS-Geräte verfügbar. Die App kann in einem öffentlichen oder geschlossenen Modus geschützt über ein Passwort genutzt werden. Unsere drei Gruppen teilen wir in einem zu. Zum Beispiel Küche, Wohnen, Eingang. Jetzt können unsere drei Gruppen mit dem Smartphone ein- und ausgeschalten und DIMM-Controller werden. Weiterher funktioniert natürlich auch die übliche Bedienung über einen Wandtaster. Proxy by Silver Folgende Vorteile bietet euch Proxy by Silver. Es ist für alle Niederwaltleuchten einsetzbar. Die kostenlose App ist für Android und iOS Smartphones und Tablets verfügbar. Es ist eine einfache Bedienung und es ist nachrüstbar. Rudolf Geiser AG führt für Sie alle Proxy-Komponenten und weitere Beleuchtungstechniken am Lager. Weitere Informationen finden Sie unter www.gela.ch.beleuchtung. Besten Rang für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.